Wir befragen die Wiener, wie sie am liebsten bezahlen. Mittlerweile mit Karte, ja. Efter mit Karte. Eigentlich hauptsächlich nur noch mit Karte. Durch das, dass jetzt alles am Handy ist, ist es viel einfacher. Ich verwende schon ganz gern Bargeld, aber ich habe eine Karte auch. Aber wenn ich bei der Apotheke bin, dann zahle ich mit Karte. Im Gasthof muss man ja Geld haben, sonst... Meistens bei Dienern sei ich mir auch nicht, wenn man nichts hat. Das hängt von der Situation ab. Also ich zahle im Ausland vielleicht lieber mit Karte, was praktischer ist. Und hier mitunter auch noch Bar. Aber in gewissen Geschäften ist es zu kostspielig, die Kartenzahlung besonders bei kleinen Betrieben. Da steht es abzuwickeln über die Kartenzahlung. Deswegen versuche ich auch bei den Geschäften einzukaufen und mitunter mit Bargeld zu bezahlen, um die kleinen Geschäfte zu unterstützen. Gibt es noch Sachen, die Sie im Bar zahlen und wenn ja, welche? Wenn, dann tatsächlich eigentlich nur so kleine Sachen, wenn ich mal schnell irgendwo ins Geschäft einnehme muss. Und größere Geschichten zahle ich eigentlich nur noch mit Karte. Eher im Restaurant. Das ist eigentlich so die Hauptsache. Im Laden zahlen wir nur noch mit Karte. Ich habe eine Zeit lang nicht mehr in Österreich gewohnt und da ist alles mit den Kartenzahlen gegangen. Und jetzt, wie ich heute wieder in Wien wohne, habe ich es schon manchmal dabei. Weil oft gibt es halt schon noch Orte, wo man nur noch Bar zahlen kann. Und muss mich mit Sabas erst wieder dran gewöhnen. Tün hmm. So.